Ich fand auch die nächste Runde geil, wo Ding sagt, Maimel sagt, ich vote hier Shoshi dann, weil sie auf mich schießt. Julie, braver, böser, voted auf Shoshi und alle anderen beiden Bösen voten irgendwo anders. Ja, ich war wenigstens brav als Gröser. Wir waren gerade alle sehr lustig. Egal, viel Spaß. Mein Bauchgefühl hat mich nicht enttäuscht. Hallo, die Runde. Ich hab Firstkillschi, bitte. Und ich hab die Sunglases. Die Sunglases. Eben die Kässe Delias von HelloFresh gegessen. Das kenne ich gar nicht. Was ist das? Crazy, hast du auch bei der Aktion bestellt gehabt? Mit deiner Freundin zusammen, glaub ich, ne? Oder? Hattet ihr, glaub ich, gesagt, ne? Dass ihr das auch mal ausprobiert habt, glaub ich, über meinen Link, ne? Danke, danke, Rino. Danke, danke. Freut mich, dass es euch gefällt. Jetzt müssen wir schauen, wann hier der Flash kommt, Leute. Wann kommt hier der Flash? Rino, pack dir auf jeden Fall das Ingwer-Sesam-Hähnchen ein mit Gemüse. Das war geisteskrank geil. Also, wenn du gerne asiatisch isst. Ja. 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 Da, Flash, Flash, Flash. Flash. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Das heißt hier, ja. Ja, ja. Das war wieder richtig geil. Weil, das war wieder einfach klassische, äh, klassische Aktion von, äh, dem oder der Streamerin-Streamer. Das war so richtig, also, ich beschreibe mal ganz kurz die Situation. Also, das war so unglücklich, das war so unglücklich, äh, das schweige ich jetzt einfach weg. Keine Chance noch, oder? Würde ich auch sagen. Aber war lustig. Aber ich beschreibe trotzdem mal kurz. Hallo. Also, ich laufe gerade aus Auto raus Richtung Koms. Ja. Wer ist denn da am Umziehen von euch? Stugi. Einer startet den Umzug. Der Sack, der wir haben raus von der Kommode startet den Umzug. Also, ich renne aus Auto raus, unten rechts, äh, von unten links nach unten rechts und, äh, seh dann halt die Ninja-Blätter. Problem war halt, Stugi war bloody. Und dann wurde halt die Bloody-Spur gezogen zum Wenn-zu-Komms. Aber leider hat derjenige, diejenige sich vorher noch zurückverwandelt, ne? Schade. Ach, Stugi. Also, ich muss mal sagen, das Terste, Terste, ein echter Gentleman ist, der hat nämlich im Dropship auf mich gewartet. Der ist super. Und dann ist das Wifi. Was? Nein. Ja, es klingt nach Klerv. Klerv hat so Glück immer mit den Bloodys. Nein, wenn nicht. Wenn der Klerv hat den Move von mir. Also, ich kann sagen, die Leute unter Level 30 sind raus. Er geht eigentlich immer in der Luft. Ich kann sagen, ich kann sagen, Terste würde mich nie im Leben beschützen, wenn er mich gesehen hätte. Wie ich da mit dem Bloody-Invent hätte er gelacht und gesagt, das war klerv. Nein, nein, nein. Das stimmt auch wieder. Gleiches Recht für alle. Achso, Terste, das ist ein Arsch. Ich lag gestern Abend im Bett und hab Tick-Tock gekuckt, ne? Ja. Und dann war da so ein random Clip von Queen's Gambit. Und den hab ich mir angeguckt. Und dann hab ich so auf die Kommentare geklickt. Da waren so 10.000 Kommentare oder so. Und der erste Kommentar da ganz oben war, der war von der streamende Person, die gerade reingestochen hat. Oh, verdammt. Oh, Riesen-Kock. Junge, wer war das denn jetzt? Ich gucke da Queen's Gambit Clips auf TikTok. Müsst ihr jetzt rausfinden. Okay. Nice. Wer war das mit dem Sound? Das ist der Geist, das ist kein Cringe, ne? Riesen-Kock. Wer war das mit dem Sound schon wieder? Nee, Junge. Satis, das ist unlucky, ne? Geist, das ist kein Cringe. Riesen-Kock. Junge, 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 Junge. Ach, Mensch, hör auf. Ich habe Sun-Glases. Ich habe Sun-Glases. So unangenehm, du sagst es. Äh, warte mal. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Schatz. Ah, ein rotes Licht, das bedeutet, Vivi war mörber. Äh, Vivi. Ja, ich wollte klar, weil er wieder hat Vivi beschuldigt. Ja. Ja, habe ich überhaupt nicht. Ich habe Zeug genommen. Hey, lass erst mal Tastisch sprechen. Also, äh, der Kill ist oben im Lab, aber ich habe Sun-Glases. Was? Und habe deshalb nichts gesehen bei Lights Out. Aber da kam ja der rote Flash, ne? Ja, Schoschi ist auch raus. Wo war das da mal? Da war nochmal den Ort? Äh, Lab. Übrigens, äh, jetzt kann ich jetzt ja sagen, Jolie war die Person mit dem Ninja-Kill. Ja, wo war Schoschi denn? Äh, und so. Weil ich weiß jetzt bei mir in der Kommunikation. Wer hat hier, wer hat schnell Tiktok geholt? Ich habe gesagt, mal überlegen, wer jetzt sofort auf Tiktok geht und bin sofort auf Klör gestoßen. Ne, es war hier, es war hier, es war zugehört gerade, ne, ne? Ja, aber. Soll ich nochmal sagen, kurz? Wissen, wo der Kill genau liegt, weil ich im Lab bin? Ich bin auch im Lab, ich muss auch gerne, wo? Ja, bei, bei dem, äh, Temperatur-Dings. Aber, äh, Jolie... Ja, aber, ey, was, was genau ist denn jetzt, ist denn jetzt Phase, also, was... Ja, Jolie ist, äh, tot, war... Ein Sheriff oder ein Thief-Killer oder nicht? Ein Sheriff schießt ja nicht bei Licht aus. Oder ein Jackal. Jackal kann ja auch... Ja, Jolie war den Ninja, ne? Ein Sheriff, Lights Out, durchsperren gehen. Ich glaube eher, das war ein, äh, Thief, der die Rolle geklaut hat und deswegen wäre es wichtig zu wissen, wer das halt war, weil der Sheriff schießt bei Lights Out nicht. Ja, aber das hat ja sonst nur Res gesehen, ne? Oder es saß einer am Wind. Ich hab, ich hab's gesehen, ja. Aber ich bin nicht... Hey, ach so. Aber die Faro war's, aber ich... Aber hat Jolie den ersten Kick gemacht, oder war... Ja, Jolie war Ninja. Ja, okay. Genau, mit der Bladispur, ne? Das war ja so lustig. Aha. Jemand hat mir meine Rolle weggenommen, der weiß auch, dass ich nicht Thief bin. Das stimmt, ja. Ja, ja. War das zufällig Jolie, der dir die Rolle weggenommen hat? Der ist gesaved. Der ist kein Tief. Der hat dir die Rolle weggenommen. Ne, war ja böse. Das ist ja Quatsch. Rolle, du hast die Rolle weggenommen? Jo. Jo. Ah, okay, ja, okay, okay. Ja, dann, das muss ja stimmen. Weil Jackal, Sidekick haben wir nicht. Ja? Und, ähm... Thief hat ja keinen Mate. Ja? Okay. Die Frage ist halt nur... Also, entweder hat es echt jemand rausgefunden mit dem TikTok-Kommentar. Mhm. Oder... Äh... Oder Vlesk hat da geschossen, aber ihm wurde ja die Rolle. Oder er hat Sheriff bekommen und hat dann auf Jolie geschossen. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Spricht das S bitte noch weicher aus? San... 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 Sanglases. Ja? Ganz genau. Also, ich muss... Äh... Ja, genau so. Ja, ich muss... Äh... Ich muss sagen, also... Der Seah mit Sanglases ist schon echt geisteskrank scheiße. Man sieht halt gar nichts. Na? Hallo, Havlatschek. Da sind Klö und Faru. So, wir mal einmal den Upload. Das triggert doch ganz dezent. Faru. So, wir gehen einmal... Au. 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 Hallo, der. Hi. Die dritte Leiche. Ich hab die dritte Leiche jetzt hier reportet. Vlesk ist drei Sekunden tot. Nur so, aber er war im VIP. Ja, der hat auch Terse nicht gemacht. Ich glaube, ehrlich gesagt... Also, ich hab irgendwie das Gefühl, dass Vlesk Sheriff war und auf Terse oder mich geschossen hat. Nee, war er nicht. Nein. Ich war vorher kein... Ich hab mich dem geschiftet. Ich war vorher kein... War Vlesk VIP oder was? Ähm... Ja. Also, guck mal... Kann es auch ein Warlock gewesen sein? Das könnte bei mir Voldemort und Dascher gewesen sein. Oder halt Terse, aber der hat sich bewegt. Also, Vlesk war kein VIP. Ich hätte nämlich auch gedacht, Vlesk ist Sheriff gewesen und hat jetzt geschossen. Also, ich bin jetzt gerade in einer unteren Likon rein. Auf wen hat der geschossen? Ja, äh, Voldemort... Also, Voldemort hat ja Vlesk angeblich geschiftet. Genau. Sorry, da kann ja kein Sheriff sein. Aber Leute, das... Aber das Licht ist doch gerade schon wieder ausgegangen. Der Sheriff schießt nicht so offensichtlich die ganze Zeit während... Ja, dann... Dann... Ich sag ja, dann muss es ein Warlock sein oder halt ein Vampire. Das kann natürlich auch sein. Es war kein Sheriff. Für mich ist Warlock nur möglich. Aber an wen hat er sich wohl erschossen? Smanky, er war doch anscheinend kein Sheriff. Sag mal, er ist mir getrollt so. Voldemort hat das geschiffen. Ja, da war kein Sheriff. Ja, das hab ich doch verstanden. Aber es geht doch darum, wer hat das denn gecallt? Weil der Call kommt doch nicht aus dem Arsch gezogen. Von wem ist davor. Ich hab's gecallt. Okay, von davor. Okay, ich dachte irgendwie... Ja, nein, nein, nein. Der Call kommt von beiden. My Mill oder Clare. My Mill oder Clare. Einer von denen ist Cleaner. Ich werd My Mill auf Cleaner gessen. Sehr gut. Ihr müsst einfach mal hinhören. Entspann dich doch mal. Wie überrascht Smanky ist, dass der Call von ihm richtig ist. Dann haben wir einen Cleaner und einen Ninja. Jetzt müssen wir nur noch den Jackal finden. Nein, Faro... Faro... Es hat mich ja als... Unter anderem mit Clare als Warlock. Aber ich bin kein Warlock. Es gibt kein Warlock. Es gibt keinen Warlock. Wir hatten Ninja und wir hatten Cleaner. Warlock gibt's nicht. Achso. Aber ich finde... Nur noch einen Tag, Carl. Aber dann muss es ein Challenge-Schuss gewinnen sein. Oder Thea hat Mega 3 ist reingekommen. Wir sollten nicht mich voten. Was? Was hat er jetzt... Moment. Was hat es mir jetzt gegessen? Er wurde gegessen. Er hat was anderes gegessen. Er war da trappbar, offensichtlich. Ah. Sehr gut. Sag mal, ist Faro mich jetzt gerade hier am Beschuldigen? Da ist er schon wieder geisteskrank lost, ne? Klick, 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 klick. Das sind immer Kennzeichnungen. Was bedeuten die Buchstaben hinter den Namen? Das sind immer Kennzeichnungen für die Farben. Ob das eher eine dunkle oder eine helle Farbe ist. Weil zum Beispiel Rollen wie das Medium ja die Seelen befragt von den Leichen. Und da kriegt dann teilweise das Medium die Info, ja, ich wurde von einer Leiter-Color gekillt. Ne? Da ist Vivi. War ich wenigstens Bade? Geil! Jetzt brauchst du auch gar nicht mehr anfangen zu reden. Du hast die ganze Zeit geschwiegen. Er hat doch eben schon gesagt, ich schlärf jetzt und an das Maggie gestorben. Ich hab gesagt, ich schlärf jetzt, hab's Maggie da gegessen. Ganz großer Schmutz. Diese andere Art von Schmutz. Aber jetzt ist die Frage, wer von euch ist der Jekyll? Also ich hab vorhin als Thief der lieben Judy den Ninja gestohlen. Ich bin übrigens nur sehr Happy-Kapze deswegen gewesen, weil es war ein Drive-By-Kill direkt unter den Augen von Terzter. Also ich hab da radikal reingewollert. Möchtest du das jetzt 100 Sekunden durchziehen? Ich werde da... Hä? Ich hab doch sowieso gesagt, ich bin böse. Ja. Ich bin ja schon rot. Ja, ich denke, scheiße, dass du eine böse Roller hast. Okay. Na dann. Dann. Ja, das bist du die Letzte. Wir haben beide Imposter sind raus. Du bist der Jekyll. Ja, es gibt ein Thief, du Nase. Nein. Nein, der labert Scheiße. Der labert Kacke. Pass auf. Katze, wenn Katze weiß, dass wir einen guten Gäste haben, da haben wir der grundsätzlich komplette Kacke. Pass auf. Ja, Klör, das Problem an der Geschichte ist, ich hab gerade den Gutgäste rausgegäst. Ich hab den Gutgäste rausgegäst. Achso, das ist der Schatz. Du kriegst halt von der Runde auch nichts mit. Das ist das Problem, weißt du? Ich dachte, das ist der Schatz, der gute Gäste. Obwohl du die ganze Zeit keine Infos hast. Nein, nein, nein. Nein. Das ist Schlussfolgerung. Das hab ich noch drei Mal gesagt, Klör. Ja, aber du bist der einzige Böse. Aber du bist der Einzige. Hat Meimel dann unten Vleske tötet? Ich hab keine Ahnung. Das muss ein mega-tricky-Kill gewesen sein da unten. Nee, 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 nee. Also ich meine Info, Vleske ist durch den Kiner g- Ja, das ist, also Meimel ist... Ist doch alles egal. Meimel ist am Ende des Tages nicht der Sheriff gewesen und Vleske auch nicht. Der Kill da unten ist ganz wild passiert, kann ich euch garantieren. Und zwar durch einen Lover. Können wir mal einfach... Können wir einfach krass aus dem Runde... Ey, ich hab mich doch einfach vergessen. Ich kann mich doch auch einfach vergessen, wenn die Runde sowieso so endet. Sehr stark, Leute. Oh! Oh, den Vivi hab ich nicht versucht. Sehr stark, ja. Vleske hat Vivi das Schild gegeben und ich hab von Vleske die Rolle gegangen. Aber ich wusste, also ich hab gesehen, dass... Oh, ha, danke für das Schild. Vorher kam dann der Thief-Call, wir hatten keinen Thief. Aber wie ist Vleske gestorben? Bei Meimel. Ich bin umgebracht worden. Open Field von Meimel, so neben zwei Leuten. Ja, aber man kann das Licht auf. Aber es war... Also, ich hatte Sunnglases, ne? Ich hab nix gesehen. Ich hab dann dauernd so versucht, irgendwelche Story-Surfer in der Wirklichkeit... wurden Leute einfach nur getötet. Wir waren ein bisschen spannender. Katze wusste direkt, dass Juli Ninja sein muss? Absolut nicht. Ich wollte die einfach nur umbringen. Oh, schön, Vivi, wir haben gewonnen. Ja. Ich hab so glatt besterben. Stark, okay. Ich auch. Ja, alles klar. Freunde, an der Stelle, hallo YouTube. Das war ne lustige Runde, oder? Sunnglases. Ja, Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne die anderen Videos schauen. Jeden Tag, 16 Uhr, kommt hier ein Video online. Lasst gern kostenlos ein Abo da. Schaut gern mal bei den Socials vorbei. Twitter, Instagram. Gerne mal ein Follow da lassen auf dem YouTube-Channel, wo die Best-Offs kommen. Da haben wir auch noch einen Channel. Da haben noch einige von euch den Channel nicht abonniert. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ganz, ganz viel Liebe geht raus. Dickes Küsschen. Und bis zur nächsten Folge, morgen, 16 Uhr. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.